Es ist nun endlich wieder soweit. Nach eineinhalb Monaten nehme ich tatsächlich dieses Projekt wieder auf, obwohl ich mir das vorgenommen habe, alle zwei Wochen es aufzunehmen. Und zwar, wie man schon sieht, gibt es eine neue Folge, der gleich Border. Ich habe schon jetzt anderes Zeug auf jeden Fall geplant, wie ich jetzt die Rolle durch das Projekt wünschen möchte. Ich denke gerade an die Basti-Video-Zeit zurück, wo er Skyblock gespielt hat, aber alle drei Sekunden gibt es ein neues Item. Und das habe ich jetzt ein bisschen umgeändert. Deswegen hoffe ich, dass der Zufallsgenerator mit den Monaten von Items, die es in diesem Spiel so gibt, mir Endportal-Rahmen ausspuckt. Besonders, ich werde in dieser Folge wahrscheinlich den größten Skip der Serie hier machen. Zumindest bis jetzt. Ich habe auf jeden Fall vor, ein Bauprojekt zu machen, was ich schon in letzter Folge angekündigt habe. Da ist halt nur die Sache, ich glaube, man braucht ein paar mehr als nur hier diese Kandidaten. Das habe ich schon in Minecraft Heaven, das habe ich schon in meiner Mobile Stuff Mod gemacht. Und zwar werde ich den Ender-Drachen-Kopf in Minecraft nachbauen. Und da brauche ich viele Tintensäcke. Wirklich viele. Muss ich jetzt hoffen, dass ich eventuell so langsam mal zum Ozean komme, der meine Sichtweite ist und damit ich hier die Tintenbolle hier bekomme. Sechs Stück, sechs mal acht, das sind hier 48, das ist schon mal ein Anfang. Also ich brauche sozusagen einen Gesamtschunk. Natürlich werde ich da auch eine Basis wie bei Minecraft Heaven drauf bauen, aber erstmal brauche ich dazu die Blöcke. Also Sand und Kies wird hier nicht das Problem sein. Wie man sieht, gibt es hier auf jeden Fall genug. 16 mal 16 sind ja, wenn ich jetzt nicht dumm bin, sondern 56. Ich bräuchte vier Stacks von diesen Tintenbollen, um zumindest meinen ganzen Schunk hier fertig zu bekommen. Das bedeutet natürlich erstmal eine Menge sammeln. Jetzt ist auch noch natürlich die Sache, ich habe ja nur den Kopf berechnet. Was ist eigentlich dann hier mit dem Maul? Das Gute ist, die Tintenfische spawnen hier am Laufenden Band, wo ich deswegen nicht einzu lange warten muss, bis ich das zusammen habe. Gut, man kann es auch übertreiben, aber ich habe jetzt vier Stacks zusammen. Bedeutet, jetzt kann ich theoretisch den Kopf vervollständigen. Zumindest schon mal die halbe Miete. Da brauche ich aber trotzdem noch ungefähr zwei Stacks für den Mund. Natürlich brauchen wir auch noch grauen Farbstoff, das werde ich auch noch besorgen. Ne, einfach mal die Shiker. Die ist schön leer, da kann ich alles reinpacken. Hab ich eigentlich Bambus? Hab ich nicht mal vom Schirm da. Kann ich das hochzüchten? Das hier ist eigentlich der langweilige Teil der Folge, weil hier passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Wie man sagt, ich hätte nur die Sache und das war's. Wir brauchen hier ein bisschen Bambus. Das wird ja alles schon noch wachsen. Ich möchte ja diesen Kopf relativ weit oben in der Luft bauen. Da brauche ich schon ein bisschen mehr Gerüste. Jetzt tun wir ein paar. Ich will sogar ein paar mehr nehmen. Sicherheitshalber, ich bin typisch stolz und sage, sicher ist sicher. Guck mal, drei Stacks, das reicht jetzt doch wirklich mal aus. Dann nimmt man sich noch irgendwie zwei Stacks Pohlstein mit. Packt es auch da rein für die Vorbereitung. Dann weiter geht's. Jetzt brauchen wir erstmal eine Stelle, bei der ich hier Sand entspannt farben kann. Beziehungsweise auch Kies. Wo man nicht so häufig hinfliegen. Und wieder spielt Fairfax mit der Weplay, man hat nicht mit. Wenn ich den Teil des Videos in mein Video überspringen muss. Nevermind, Nevermind. Also ich habe jetzt quasi eine Nevermind Schaufel. Kann ich schon mal eine Reparatur dann verzaubern. Was würde ich denn draufkriegen? Werde ich noch schnell hier. Dann lass ich Level zusammenfahre. So, Effizienz 4. Ja und nein. Jetzt. In Höhlen gibt es doch immer so gerne Kies. Wo ist denn jetzt die Kies? So was meine ich. Endlich wird das mal nützlich. So, fangen wir mal an. Zack. Aber 8 Stacks Trockenbeton. Jetzt heißt das, wir suchen uns einen ganzen Schank raus, wo wir auf jeden Fall unseren Drachenkopf aufbauen werden. Also im Spawnbereich möchte ich das ungerne machen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde schon irgendwie einen Ort raussuchen, der relativ langweilig ist, würde ich sogar sagen. Beispielsweise das Plainsbio, was da noch kommt. Warte ich vielleicht in diesen Tage ab und wenn das vollständig erreichbar ist, würde ich das dann irgendwie machen. Eigentlich hatte ich schon vor, im ersten Teil des Videos zu machen, aber erst die Zeit reicht dann nicht mehr so aus und ich habe mich ja jetzt für das Plainsbio entschieden. Und wie die Minecraft Bücher immer so gerne sagen, das ist der beste Ort, wo man bauen kann. Let's go! Ich bin jetzt der 1,21-Millionen-Sied. Das war mit Sodium, ich bin nicht so zu sehr der Sodium-Fan, aber okay. Ich habe mit Sodium ungefähr 400 FPS weniger als mit Optifine. Aber gut zu wissen an der Stelle. Aber perfekt. Wir haben ja hier so schön aufgehört, damit wir hier eine Stelle uns raussuchen können für Plainsbio. Da hinten ist auch sogar schon ein Dorf. Ich wäre dafür, dass man da hinten, da müsste man aber für noch eine halbe Woche warten, dass man dort den Nenadrachenkopf aufstellt. Ich glaube, ich werde auch so langsam mal eine Regelung führen, dass ich nicht alle Items da behalte, weil sonst ist das wirklich. Man sieht, wie viele Schalker da sind, was für ein Zeug wir da so erhalten. Das ist einfach schon zu viel. So, mal gucken, was sich hier so drin versteckt. Auf jeden Fall sehe ich hier einen Ziegenhorn. Eine Nenadervalde-Hackworte, eine Nenadervalde-Schaufel. Sowas meine ich. Das ist halt teilweise zu OP, weil man schon gut Nenadervalde-Sachen kriegen kann. Lass mich das mal kurz aussortieren. Soll ich das Ding jetzt mitnehmen? Soll ich das jetzt? Es ist ein neuer Nenadervalde-Bang. Längst war wieder von Geschehen ab, aber das macht ein Video. Wie ist denn gerade die Auslastung von der Grafikkarte? Das möchte ich gerne mal wissen. Hier liegt gerade tatsächlich bei 77% Auslastung. Ein Blogspiel bringt eine NASA-Grafikkarte an ihre Grenzen. Ich habe eine 4080. Das ist schon weirdflex genug, aber dass diese Grafikkarte wegen sowas fast nicht mehr ausreicht. Ich merke schon, wie meine Grafikkarte gerade immer lauter wird. Also ich glaube, das tut der Grafikkarte nicht so gut. Selbst mit so einem High-End-Shader habe ich keine so hohe Auslastung. 99% Auslastung bei der 4080. Nenadvideum ist zwar eine geile Mod, aber die bringt meine Grafikkarte richtig zum Schwitzen. Das soll noch ein bisschen leben. Das sieht aber auch wirklich nicht schlecht aus. Wie sieht das denn eigentlich mittlerweile im Nether aus? Na, nein, 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 nein. Sind sie nicht selten? Weiß übereinander gestapelt ist schon ein bisschen seltener, aber zwei übereinander gestapelt ist natürlich noch seltener. Aber zwei nebeneinander von dieser Art, ist das nicht wirklich selten? Also ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Sache, die ich vorhabe, auf zwei Teile aufteilen werde. Einmal hier mit der Planung, dann mit der Umsetzung. Apropos Umsetzung, hier im Nether ist natürlich auch viel Kies, also könnte ich hier auch das Kies farmen. Gibt es eigentlich irgendwelche Kandidaten, die mal Kies im Nether gefarmt haben? Kommt so eine richtig dumme Idee. Was ist, wenn ich slash Whitelist at MianProGamer mache? Wie lange wird der Server eigentlich das aushalten, wenn er auf dem Server dann sein wird? Ich merke schon, wie Mian am Ende so richtig ausrastet vor Freude. Dann ist hier schon mal ein bisschen was aufgefüllt. Muss aber noch ein bisschen mehr rein. Definitiv noch mehr. Zumindest schon mal mit Kies, damit ich eine halbe Doppeltruhe voller Kies habe. So, jetzt muss ich es doch haben. Also ich habe jetzt nicht exakt das jetzt vollgefahren, weil hier ist halt noch ein Stack dabei. Und zack, machen wir zumindest schon mal das. Ich glaube, das wird ausreichen. Ich glaube, das werde ich zeitnah im Einzelspieler mal nachbauen, um zu gucken, ob ich jetzt irgendetwas brauche oder so. Aber ich sage es von vornherein, mit Chimatic werde ich das nicht machen. Weil ich auch weiß, dass ich das ohne schaffe. So, für die Stream-Zuschauer sind es jetzt vier Tage her. Für die normale Aufnahme sind es zwei Tage her. Ich habe jetzt extra den Timer forciert für eine ganz besondere Sache, was in den nächsten 20 Minuten kommen sollte. Man sieht, der Timer hat auch schon 319 Stunden auf dem Buckel. Für den Stream nochmal, ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen Kies, ein bisschen Sand und ein bisschen Farbstoff gesammelt. Und die Sache, die ich in den nächsten 20 Minuten meine, die ist auf jeden Fall für Daygleichsport oder zumindest hier für die ganzen Folgen entscheidend. Ich bin gespannt, was hier eigentlich noch so drin ist. Ich sehe schon, ein Barrel-Jigsaw-Block. Ist das eine Netherite-Spitzacke? Kurze Frage, wieso kriege ich eigentlich alles immer aus Netherite und nicht aus Holz oder so? Weil sich die Welt ja jetzt wieder um 130 Blöcke sozusagen erweitert hat. Also wenn ich nicht dumm bin, müsste Thrasher-West schon eigentlich jetzt frei sein. Das wäre zumindest so eine halbe Miete, die wir dann hätten. Dann können wir dort mal vielleicht hoffen, dass wir drei Netherite-Baren in einer Truhe finden. Na, finden wir Bambus in der Truhe? Schauen wir mal nicht. Aber die erste Schatzkarte. Schlägt die Karte aus? Ja, die schlägt aus. Also irgendwo da hinten. Ich würde sogar sagen, das sind gute 200 Blöcke, Minimum noch, die uns da zu fehlen. Hätten wir auch nochmal ein Herz des Meeres und könnten bei uns einen Aquavysator angeln. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade eben der es einbekommen. Ich nehme jetzt mal die Ende-Augen raus. Vielleicht ist dieser tatsächlich schon ein Stronghold in der Nähe. Nein. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Es fehlt uns nicht mehr viel bis zu der Sache. Am liebsten möchte ich dich zweitlich sehen, aber dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ist natürlich schon ein... Was machst du denn bitte jetzt hier? Du versaust dir gerade den Moment. Den Moment der Momente. Das ist die wichtigste Zahl bis jetzt. Ganz schnell. Und es ist vollbracht 1.000 Blöcke. Daylight Sporder. Wir haben es endlich geschafft. Ich finde ja jetzt nur noch 2.000 Blöcke. Was ist das 1.000. Item? R? Ist das ernsthaft R? Nein, 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 nein. Es kann jetzt nicht wahr sein, dass das 1.000. Item R ist. Das 1.000. Item ist R. Das ist das ansetzlichste Moment, was ich in Daylight Sporder je gehabt habe. Dann hat man eigentlich so einen guten Moment gehabt und dann wird man sozusagen runtergeredet. Oh mein Gott. Es ist eine Festung, dann auch noch in Soulshed Valley. Ich muss den Server jetzt wieder weitere 7 Tage laufen lassen. Dann kann ich endlich Blasemots bauen. Trotzdem ist das mit den 1.000. Item und R ziemlich unbefriedigend. Ja, ist gleich richtig hergeschmissen. Eine zweite Festung in Soulshed Valley. So, Treasure Bastion Action. Okay. Leider ist das nur eine Truhe, aber vielleicht haben wir da trotzdem Glück, irgendwie eine Nettarbeit-Wagen zu finden. Eine Nettarbeit-Wagen waren ja irgendwie 33, irgendwas Prozent. Zwei waren ja irgendwie, keine Ahnung, 0,6 Prozent oder so. Oder ich nehme einfach gar nichts. Ich möchte mich eigentlich nicht für die Sache drücken, aber ich möchte zur Verteidigung sagen, dass ich Videos eher relativ bad aufnehme, weil ich das halt an einen anderen Tag machen möchte, wo ich auf jeden Fall kein Zeitdruck habe. Davor habe ich nämlich noch das eine Video gecuttet, wo ich mich in die Top 100 von SW gespielt habe. Wirdersklette und es sind welche gespawnt. Eieiei. Aber das ist doch mal wirklich eine Ausbeute. Der erste Kopf kam nach drei Wirdersklette. Ich glaub's da auch will kaum. Das sind die Wirdersklette-Schädel. Ja, bekämpfe ich spontan nochmal ein Widder bei der Session. So, könnte sein, dass ich mich zu sehr equippe, aber besser zu viel, zu wenig. Okay, los geht's. Oh mein Gott. Ich hab gefühlt erst jetzt gewerkt, dass es in der Nahkraftposition ist. Und, tadaaa. Jetzt hab ich mal ehrlich einen Netherstern erfahren. Vorher hab ich einen Netherstern so bekommen und tatsächlich sogar auch einen Beken. Manchmal ist es richtig illegal, was ich da für Sachen bekomme. Vorhin hab ich halt sogar eine Barrier rausbekommen und einen Jigsaw-Block. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es halt mit diesem ersten Teil... Ich glaube, das reicht trotzdem mal zwei Teile. Dann muss ich jetzt nicht die ganze Zeit zack zack machen. Statt jetzt auf Sodium und der Replay-Mod umzusteigen, weil die 21. ist da irgendwie mit Optifind inkompatibel, was denn mit der Replay-Mod angeht. Und wieso bist du hier? Und wieso bist du hier?